Yo, ein schönen Tag. Hier ist wieder Nessie. Und heute geht's weiter. Gut, erstmal muss ich erst meine Fracht wieder neu nehmen. Moment, mal gucken. Jod. Ich bin hier. Ne, ne. Ach ja. Nach Rostock. Genau. Juh, dann fahren wir nach Rostock erstmal. Die Fracht ab wohl. Jod. Ja, komm ich wieder warten, 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 warten. Und nochmal warten. Juh. Jod. Jetzt komm ich weiter. ein bisschen vorher ok Juuu, da haben wir gefragt, dass wir einfach einen Schwerentransporter haben. Mann, warum brennst du denn? Verstehe ich mich mal nicht, verstehe? Ja, da bist du ja. Wo fahren die denn alle hin? Frankfurt? Nee. Ja, nicht nur die, die ich fange. Also, was ich in der Schule immer bereit war? Ja, mal kurz. Ja, ich bin der Schlüssel. Ja, jetzt gibt's noch etwas. Ja, jetzt weiß ich, dass der Schlüssel war. Und weiter jetzt! Späretransport Da kommt einer, da kommt einer, jo, 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 da kommt ja noch einer, jöt, oh, kann nicht jetzt fallen. Jo, hier ist Stau. Oder wegen einer roten Ampel. Oh, stopp. Gut. Ja, schon, wie ich jetzt fahren muss. Mein Navi sagt so. Und mal gucken. Oh. 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 Ich liebe es, die fahren hier nicht wie die sollen. Oh. 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 Okay. Okay, nehmen wir es ab. Okay, jetzt gehts los. Raus aus der Stadt. Ab nach Ausdruck. Jetzt kippe ich hier wieder um. Mein zu schnell fahrende... Ne, ich hab keine Lust dazu. Ne, ich hab wirklich keinen Bock dazu, einfach da oben zu kippen. Ich hab ja wieder zu langsam... Wie hier. Ja, das heißt jetzt warten. Musik da durchkommt, du. Ja, aber ich lass ihn hier mich rein. Ey, lass mich ja wirklich mal rein. Das darf ja nicht wahr sein. Wow. Warum bleibst du stehen? Danke, wann sie gewartet hast, aber... Brauchst du nicht bei mir? Ja, ich hab vielleicht mit mir hinfahren schon wieder. Wieder auf der Landstraße? Jo. Das war ja eine kurze Autobahn. Okay. Kann ich eben nichts machen. Das ist eben so. Dann eben auf Landstraßen weiter. Bitte halt mich auf Bild hier. Ja. Ne, im Moment habe ich glücklich wieder wieder nichts zu erzählen. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll in diesem Moment. Wir haben heute den Samstag, das weiß ich. Ne, Sonntag kam weiter mit. Was ist denn schon wieder los mit mir? Ne, und... Ja. Minecraft läuft prima jetzt. Ich habe nochmal... Ich wollte eine andere Farbe machen. Ah, die läuft gar nicht gut. Die habe ich dann wieder abgerissen. Und meine alte Farbe. Wieder Farbe. Einkommen. Ja. Aha. Jo. So. Hat mein Kollege wieder Geld verdient. In meine Kasse. Supi. Och, da ist ein Riesenchef, Leute. Da. Äh. Ein Container-Chef. Cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ähm, mach ich ja Rast? Ne, ich fahre noch weiter. Ach, wir sind jetzt in Belgien. Ach, scheiße. Vor mir fährt schon wieder ein LKW. Ach nö! Ach der hält seine Gefühndigkeit wieder ein. Und ich kann wieder bestimmt nicht überhören. Aber kann man es mir angucken. Bei der Kuh kann ich gar nicht überholen, das ist ja die Scheiße. Wieder Überholverbot, das hat mir gedacht. Ach, man, 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 man. Ach, man muss mir wieder passieren. Wie immer. Immer mir. Nee, komm nicht vorbei. Kann ich nichts machen. Ich komm da nicht vorbei. Wieder Lüge. So, jetzt. Oh, scheiße. Boah. Leider hab ich ein Glück gehört. Ich will auch die Fracht ja schnell wieder abgeben. Und. Ja, aber jetzt schaff ich nicht in eine Tür. Das dauert ja schon wieder. Meine Time Time Zeit sagt auch schon wieder. Äh, äh. Wieder nicht mehr. Aber was sei es. Oh, schade, Meer ist jetzt weg. Jetzt in Lande. Wir sind hier alles. Alles bezweint. Jo. Nee. Sehr gut. Ich habe es jetzt wirklich nicht, was ich erzählen soll. In diesem Moment ist der Faden weg. Wie ist im Moment der Faden weg? Habt so viele Themen gehabt und jetzt fällt kein einzelnes Thema mehr ein. Aber wirklich kein einzelnes Thema mehr. Ich wüsste nicht was ich machen soll. Aber spielen will ich ja auch noch. Und, oh, 1.50 ist hier. Hier ist eine 50 wieder erlaubt. Ja, aber es bestimmt eine Ampel. Ja, ich muss abbremsen. Nö, nix mehr. Gert. Schnell hier durch. Schnell hier durch. Los, weg hier. Die Landschaft sieht echt toll aus in Belgien. Jetzt wird sich das Erlauben. Warum? Keine Ahnung. Da sind bestimmt so viele Berge jetzt hier. Ein Flachland. Och, nö. Nicht schon wieder. Stau. Vor mir ist ein LKW. Langer Stau. Achja, ich sag nur 70 Erlaub und die fahren hier alle 70. so wie. Ach, hoffentlich darf ich auf der Autobahn. Wie es aussieht. Wie es aussieht, nein. Wie es aussieht, nein. Und, ich sag auch nicht warum hier alle stehen bleiben. Ich weiss es nicht. Ach so, ja. Alles klar. Ich seh jetzt Chatt jetzt davor. Keine Vorfahrt. Das ist bestimmt ein Belgischer. Na toll, jetzt kommt noch mehr LKW vor mir. Na super, ich komme hier nicht weiter. Jetzt stecke ich hier fester. Ah no! Ich kann nichts machen Leute. Ich muss warten. Da kommen so viele Autos. Ach man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Noch ein LKW. Ey Supi. Und. Richtig. Auf damit. Noch ein Tankzug. Ja, auf damit. Oh Leute. Ich will doch nur ein Rastplatz jetzt haben. Ich komme hier nicht weiter. Oh. Hätte ich doch ein Bay Bay in. Da wo ich Zeit gehabt habe. Platz zu nehmen. Hm. Und was ist denn hier los? Ach man, oh. Ich bin am liebsten jetzt die Aufnahmen beenden. Ah. Es geht weiter. Ich gehe bloß weiter. Tschüss. Mach mich nicht mehr so gut. Scheibe zehn mitозм Fast. Mach das Sein Darb child nichts mehr. Ach, ist das schön hier, alleine in der Kolonne jetzt langzufahren. Ja, 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 ja. Ah, jetzt wird mir wirklich nichts mehr rein, was ich unterhalten soll. Das ist ja schlimm heute. Ich suche unbedingt einen Rastplatz. Ich suche einen Radplatz. Aber gut. Wildwechsel Ach Gott sei Dank Ach bin ich jetzt wo bin ich jetzt Wo ist Bähchen raus Ach Niederlande Niederlande Gut Leute Okay Leute Dann mach ich jetzt mal Schluss für heute Und Blinker aus Und Motor aus Okay Leute Dann bis zum nächsten Mal Dann geht's weiter nach Ross Okay Ciao ciao